Wusstest du, dass der Erfolg in Unternehmen steigt, je mehr Frauen daran beteiligt sind? Auch ganze Länder sind friedlicher, wenn mehr Frauen in der Regierung sitzen. Gleichstellung ist somit ein wichtiger Schlüssel, um unsere Nachhaltigkeitsziele dauerhaft zu erreichen. Und wie sieht das mit der Gleichberechtigung hier in Köln aus? Hier in Köln wird die Stadt wenigstens von einer Frau regiert. Allerdings, wenn man sich die ganze Bundesrepublik Deutschland anguckt, ist es immer noch so, dass Frauen im Schnitt 22 Prozent weniger verdienen als Männer. Und was kannst du tun? Du kannst dich im Rahmen von verschiedenen Initiativen und Vereinen für Gleichberechtigung einsetzen. Und zwar nicht nur für Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen, sondern für alle Geschlechter. Das macht das Ziel Nummer 5 besonders vielfältig.